Frau Prof. Dr. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz promovierte und habilitierte in Philosophie an der LMU München. Sie lehrte an den Universitäten Bayreuth, Tübingen und Eichstätt. Von 1989 bis 1992 hatte sie eine Professur an der BH Weingarten in Württemberg inne. Von 1993 bis 2011 den Lehrstuhl für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft an der TU Dresden. Seit 2011 ist Frau Prof. Dr. Gerl-Falkowitz Vorstand des Europäischen Instituts für Philosophie und Religion an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Religionsphilosophie der Moderne, hier Hegel, Nietzsche, Edith Stein, Simon Weil und Romano Gordini. Weiters Zeitgenössische Phänomenologie und die Anthropologie der Geschlechter. Besonders anführen möchte ich abschließend die wissenschaftliche Mitarbeit von Frau Prof. Gerl-Falkowitz an der Edith Stein Gesamtausgabe in 27 Bänden, die im Herder Verlag in den Jahren 2000 bis 2014 erschienen ist. Der Titel des heutigen Eröffnungsvortrags von Frau Prof. Gerl-Falkowitz ist die Vernunft des Herzens ein Weg vom Unglauben über das Denken zum Glauben. Frau Professor, ich bitte Sie um Ihren Vortrag. Verehrter Pater Roberto als Präsident, liebe Frau Dr. Mayer und alle Vorstände der Edith Stein Gesellschaft, meine Damen und Herren, danke. Ich bin glaube ich zum dritten Mal in diesem Raum, freue mich sehr, eine große Ehre, versuche auch einigermaßen etwas Neues zu sagen. Und bin ich überhaupt verständlich? Geht das? Ja, ganz hinten auf? Wunderbar. Schön. Es war so gedacht, dass wir hinterher auch ein wenig darüber sprechen. Es ist nicht nur ein Vortrag, sondern es kann auch zu einem kleinen Austausch kommen. Edith Stein begann in Breslau zu studieren im Sommersemester 1911, vor über 100 Jahren. Sie hatte die vier Fächer, das wäre heute überhaupt nicht mehr möglich, aber vier Fächer Germanistik, Geschichte, Psychologie und Philosophie belegt. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits eine entschiedene Agnostikerin. Bekanntlich hatte sie im Alter von 14 Jahren sich nicht nur das Beten abgewöhnt, sondern im Zuge dieser Entscheidung natürlich auch den Glauben an Gott aufgegeben. Man muss im Hintergrund sagen, dass sie durch ihr jüdisches Elternhaus, genau genommen ihr jüdisches Mutterhaus, der Vater war schon gestorben, im Grunde genommen das Judentum nur über die häuslichen Feiern kennenlernte. Ein wenig über die Synagoge, aber in ihrem Abiturzeugnis ist das Fach Religion durchgestrichen, sie hatte sich abgemeldet. Das war einfach, weil sie den Unterricht nicht verstand, sie fand auch den Rabbiner nicht aufschlussreich, sagen wir es mal so. Im Grunde kann man fast sagen, dass sie das Judentum zwar in gewissem Sinne über die Familie und natürlich auch über die Folklore, also über die Gewohnheit mitnahm, aber im Grunde genommen keine wirkliche Kenntnis des Judentums hatte. Insofern ist es auch schon schwierig, zu sagen, sie sei konvertiert. Sie lernt das Judentum erst im Zuge ihrer Bekehrung zum Christentum kennen. Dazu komme ich dann noch deutlicher. Wir haben also eine junge Studentin vor uns. Dieses Foto dürfte um 1914 sein. Dort sieht sie älter aus, als sie ist. Eine junge Studentin, sehr selbstbewusst, sehr intelligent, die Prima ihrer Klasse. Die Welt war ihr offen. Ich schlage vor, Edelstein eigentlich in der Tat nicht nur von Auschwitz her zu lesen. Das ist ein Anliegen meinerseits, weil man damit verkennt, und zwar auch gerade in ihrer Patronage für Europa verkennt, dass sie an der hellen Seite dieser Entwicklung, das heißt also bis 1933, natürlich eine ungewöhnliche Karriere machte. Also nicht nur die Karriere, die wir gleich betrachten, sondern grundsätzlich auch etwas, was ihr, im Grunde genommen, sie sah die Welt offen. Und sie sah im 20. Jahrhundert Möglichkeiten, Chancen, die natürlich die Mädchengeneration vor ihr gar nicht hatte. Also zunächst mal bitte die helle Seite von Edelstein, bis das kippt. Aber es gibt eben zwei oder auch sogar mehr Gesichter. Wir schauen uns einmal die Agnostikerin an. Tatsächlich studiert sie nicht vier Fächers, natürlich, peu à peu, aber das Hauptgewicht liegt auf Psychologie. Psychologie ist damals, möglicherweise auch heute, ein kleiner Theologie-Ersatz. Das heißt also, die Theologie für Agnostiker. Sie schreibt, das Psychologie-Kolleg war das Erste, was ich überhaupt hörte. Also da schlägt wirklich ihr Herz. Man muss auch hinzufügen, dass gerade jüdische Studenten sehr intensiv in die Psychologie gingen. Also ich trage ja hier Eulen nach Athen mit Sigmund Freud, aber es gab wirklich überwiegend viele jüdische Studenten in Richtung Psychologie. Das mochte ein Vorzeichen sein, denn ich habe mich in den vier Semestern, die ich in Dreslau studierte, wohl am meisten mit Psychologie beschäftigt. Ihr Lehrer war dabei, William Sterner hängt draußen, ein sehr schönes Porträt. 1871 bis 1938, er ist also 20 Jahre älter als die sehr ehrgeizige Studentin. Als Jude emigrierte er auch 1933. Interessant ist nun, dass die junge und noch mal auch sehr selbstbewusste Studentin von dem Gebotenen mehr und mehr enttäuscht wird. Das kommt in ihrer Lebensbeschreibung zum Ausdruck. Sie hielt es für eine angenehme Unterhaltungsstunde. Das muss man sich vorstellen, die ist gerade mal zwei Semester in der Uni. In diesen Bemerkungen deutet sich an, sie versucht letzten Endes Psychologie eigentlich philosophisch zu hören. Also gerade fachfremd. Sie versucht einen tieferen Zugang zur Anthropologie im Grunde zu finden. Sie geht dann auch zu dem Philosophen Hönigswald, hängt auch draußen, übrigens auch ein Jude. Und dort wird sie meist mehr entzückt, wobei sie bereits als Erstsemester offensichtlich auch mit Hönigswald nicht zufrieden war. Und zwar wiederum eine Begründung, sie hatte gefragt, er hatte bestimmte Fragen damit aber abgewiesen, er hatte keine Antwort, aber er hatte sie eben innerlich nicht beantwortet, wie sie schreibt. Also das ist jetzt eine Studentin, sie ist damals 19 Jahre alt, 18, 19 und sie beginnt gewissermaßen mit einem Höllenflug in der Universität, findet aber die Fachvertreter zunächst einmal unzufriedenstellend. Sie wird sich dann, weil ihre Psychologie ihr nicht liegt, sie spricht dann auch von einer Psychologie ohne Seele. Das hat einen großen Hintergrund. Später wird sie sich ja der Seelenanalyse intensiv widmen. Sie wechselt also von Psychologie dann zur Pädagogik. Pädagogik ist für sie dann zunächst mal ein Ersatz, und zwar auch theoretischer wie praktischer Umgang mit Kindern. Man muss hinzufügen, dass zu dieser Zeit eine besondere innovative Pädagogik stattfand. Trotzdem ist auch hier der Punkt, das heißt, wir decken das mit dem Stichwort Reformpädagogik ab. Trotzdem ist auch diese sogenannte pädagogische Gruppe für die junge Studentin unbefriedigend. Warum? Und damit kommen wir jetzt sozusagen in die sich langsam erst freilegende Qualität, die sie ja auch mitbringt. Der theoretische Zug tritt immer schärfer hervor. Alles, was bis das als praktische Übungen, eben gerade auch in der Pädagogik, sie muss ja auch Praktika dann machen, das wird ihr auf die Dauer etwas langweilig. Und auch die Diskussionen, die geführt werden über verschiedene pädagogische Methoden, finden sie im Grunde genommen und deswegen unbefriedigend, weil sie nicht wirklich auf den Grund gehen. Hier werden Erfahrungen ausgetauscht, aber es wird eben einfach ganz wenig analysiert. So kann es nicht verwundern, dass Edith Stein mit einer Leichtigkeit, die sie selber verblüfft, nach der Lektüre von Edmund Husserl, logische Untersuchungen, enthusiastisch reagiert. Endlich kommt sie auf einen Boden, von dem sie die Überzeugung hat, dass das eigentlich tragfähig wird. Also alle diese empirischen Wissenschaften und auch Psychologie, die damals sehr stark empirisch war, Pädagogik. Für sie fehlt die eigentliche basale Begründung. Husserl, jetzt eine kleine Hommage, Altösterreicher aus Mähren, hatte logische Untersuchungen vorgelegt, die war er 1900, schwer zu lesen. Edith Stein hat sie ganz durchgeackert, damals schon, bevor sie nach Göttingen ging, und hat eine kleine Art von Aufnahmeprüfung auch bei Husserl damit bestanden. Das ist ein schwieriges Werk. Aber wie gesagt, sie war hingerissen und beschließt nun, Breslau zu verlassen. Das bietet ihr nichts. Und sie geht eben leicht wie ein Vogel, fliegt sie weg in Richtung Göttingen. Sie behält aber etwas. Es sind vier Semester in Breslau gewesen. Sie behält immerhin eine Grundlage in Psychologie und Pädagogik und wird ja später als Lehrerin in Speyer arbeiten und wird Arbeiten zur Anthropologie schreiben bis 1932, 1933 und spezifisch ja die Anthropologie der Frau. Also es läuft schon so ein kleiner Faden noch mit. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass sie dasjenige, was sie in Breslau kennenlernte, wirklich als sekundär empfand und von daher auch eine sehr stark kritische Ader hatte. Breslau bleibt einfach nur propedeutig. Aber sie mündet dann und zwar aufgrund der Enttäuschung. Also da ist sozusagen eine Form von, also diese Kritik schlägt jetzt um in eine Sehnsucht nach intensiverer Beschäftigung und sie mündet nun ein in eine strenge Methodik. Schauen wir uns gleich an, eine philosophische Begrifflichkeit. Endlich findet sie. Also sie wittert. Sie wittert an Husserl was, was bisher niemand anderer ergeben konnte. Göttingen, Sommersemester 1913. Wir stehen allerdings dann vor einem Vorabend eben des Ersten Weltkrieges, der ein Jahr später ausbricht und diese Göttinger Semester werden anders, als Edith Stein sich das vorstellt. Viel tiefer eingetrübt, viel dunkler, auch in vieler Hinsicht sehr, sehr gedrückend. Warum wird sie von Husserl angezogen? Was geschieht hier? Wenn man Edith Steins Denken und ihre Leistung verstehen will, dann heißt es, ihre Herkunft zunächst mal aus dem 19. Jahrhundert und die Schulung bei Husserl zu begreifen. Wir kommen jetzt in eine Reihe von großen Namen. Husserl, 1859 in Brosnitz in Mähren geboren, auch jüdische Abkunft, hat sich später in Wien taufen lassen und zwar protestantisch. Also eine sehr exzeptionelle Position, gleich mit seiner Frau Malwine. Er war in einer Studentengemeinde hier gelandet, ausgerechnet evangelisch, die sicher nicht sehr repräsentativ ist für Wien. Aber es hat ihn etwas beeindruckt. Wir kennen die Motivlage nicht sehr gut. Möglicherweise war es auch ein Ortrebillet in die europäische Kultur, so hat Heine das ausgedrückt. Also als Jude war es leichter, Protestant zu werden als Katholik. Das schauen wir uns nachher noch an. Katholisch war es so exotisch, dass das gar nicht ging. Aber protestantisch schien näher. Schien näher. Also Husserl hat sich hier in Wien taufen lassen, aber in seiner Philosophie davon kaum Gebrauch gemacht, mit Ausnahmen erst an seinem Lebensende, die wir noch etwas deutlicher beleuchten. Wer ist Husserl? Husserl steht in der Reihe der ganz großen Namen deutschsprachiger Philosophie. Und die Philosophie ab Kant ist deutschsprachig. Das ist sie übrigens spätestens bis 1933 oder 1945, der letzte Name wohl ganz groß, als Heidegger. Kommilitone Edith Steins, der kleine Heidegger, so taucht er in den Briefen auf, er war ein Kopf kleiner als sie, sie war aber auch nicht groß. Also einfach der kleinwüchsige Schwarzwälder Mesnerbub. Bis Heidegger läuft diese ganz große Reihe. Also Kant, der deutsche Idealismus, 19. Jahrhundert, auch dann noch die große Religionskritik, dann eben Husserl. und so ist er begründet, die Schule der Phänomenologie, die zunächst einmal absichtlich und dezidiert keinen Gebrauch von der Überlegung oder von der Philosophie zum Thema Gott macht. Absichtlich nicht. Warum nicht? Seit Kant nicht nur, aber doch dezidiert jetzt über die Aufklärung gekennzeichnet, ist zwar die deutschsprachige Philosophie nicht atheistisch, das ist unrichtig, das ist vor allem die französische Aufklärung, die ist atheistisch, ist es vom Bekenntnis her, ist es von der Grundhaltung her in der Tat. Die deutsche nicht, die deutsche ist zu metaphysisch, auch zu stark noch aus anderen Quellen beeinflusst. Auch Kant ist auf gar keinen Fall ein Atheist, ist ein gläubiger Protestant, aber was Kant und dann in der Folge auch die anschließende Folge von deutschen Philosophen, die alle Theologen sind. Hegel ist evangelischer Theologe, Schelling ist Theologe, das sind alles Theologen. Also was diese Kombination von Philosophie und Theologie im 19. Jahrhundert versucht, ist Christentum zu denken, also nicht über Glauben aufzuarbeiten, sondern über Denken aufzuarbeiten und vor allem auch, schönerweise, interessanterweise, durchaus die Konformität bestimmter Glaubensinhalte mit philosophischen Fragestellungen. Kant, ich gebe ein einziges Beispiel, also Kant, der große Vordenker, vor allem der Erkenntniskritik. Kant hatte ja auch versucht, die Bergpredigt Jesu, die er also wörtlich auch nimmt, unter das Postulat der Kritik der Reine, Vernunft zu stellen. Das heißt, es ist vernünftig, sie einzuhalten, das ist sie auch in der Tat. Es ist vernünftig, diese Dinge einzuhalten, aber Vernunft heißt hier auch, man muss die Vorgaben, die in der Heiligen Schrift nun in einer farbigen Sprache, in Bildern, in Gleichnissen ausgedrückt sind, nun in der Sprache auch der Vernunft, also zur Sprache der Philosophie ausdrücken. Damit ist unwillentlich, aber de facto, die Diskussion Gott aus der Diskussion überhaupt verschwunden. Also die Frage Gott aus der Diskussion verschwunden. Husserl wird später sagen, meine Philosophie ist für jene gedacht, die über Gott nicht nachdenken können. Das heißt, er lässt implizit etwas mitlaufen, natürlich auch sozusagen einen roten Faden oder eine Spur, aber er formuliert es nicht. Er formuliert es nicht. Und in dem Sinne ist ganz sicher, wir können auch sagen, bis 1914, 15, im Grunde genommen in der deutschen Philosophie keine Rede von Gott, vor allem auch nicht nach den religionskritischen Vorgaben, die dann auch noch vom Namen Nietzsche ungeheuerlich verschärft sind. Das heißt, Nietzsche stirbt 1900. Das ändert sich erst mit einem Buch und dann auch mit einer geschichtlichen Tatsache. Edith Stein ist also als Agnostikerin vollständig in ihrem Element. Die Universität argumentiert agnostisch. Das Buch, das zu erwähnen ist, ist aber 1917 nun Das Heilige von Rudolf Otto, wenn sie es auch in Presslau verlegt, ist es das meistgedruckte theologische Buch des 20. Jahrhunderts. Also die Bibel ist öfter gedruckt, aber die Bibel ist ja kein theologisches Buch. Also jetzt eine theologische Frage. Rudolf Otto ist ein Religionswissenschaftler und nun beginnt die Rede über das Heilige, bitte nicht der Heilige. Das Heilige soll heißen, dass im Religionsvergleich nun Aspekte dieses Heiligen quer durch die Kulturen, quer durch die Religionen, auch für das Denken wichtig werden. Und mit diesem Buch hat er eine gewisse Revolution eingesetzt, interessanterweise 1917. Das bedeutet, ich fasse jetzt noch die geschichtliche Tatsache ins Auge, der Erste Weltkrieg, der als die erste Zerstörung Europas gelten kann, so wurde er auch erlebt, hat gleichzeitig als Lebenserfahrung, als Massensterben, vor allem übrigens der Kommilitonen, Edith Stein hat in der Göttinger Universität am Morgen jeweils die Namen der gefallenen Kommilitonen gelesen. Hat übrigens in einer Briefnotiz auch gesagt, der Jugendübermut ist zum Teufel. Die Sprache traut man ja gar nicht zu, aber es hat so formuliert, der Jugendübermut ist zum Teufel. Das heißt also, der Augenblick, wo ich meine Studenten, die normalerweise neben mir sitzen, nun am schwarzen Brett als gefallen sehe, dort ändert sich natürlich Wirklichkeitswahrnehmung elementar. Und sie ändert sich insofern, das sage ich jetzt einfach ohne es zu belegen, aber das ist in der Tat unglaublich interessant, dass sich in dieser Generation von Studenten ein Wandel vollzieht. Das heißt, der Erste Weltkrieg als durchgängige Erschütterung, als unmittelbare Berührung mit dem Tod. Und nicht mehr Berührung, sondern eben eine Ernte des Todes, die permanent eingefahren wird. Die großen Schlachthöfe, die großen Schlachtfelder, die großen Schlachtfelder unter dem in Flandern. Also das war ja noch ein Materialkrieg, der zum Teil mit Rössern geführt wurde, aber eben auch schon mit moderner Kriegstechnik und es wurden ja ganze Bataillone einfach abgemäht. In diesem Sinne beginnt diese junge Generation plötzlich, sich mit Fragen zu konfrontieren, die natürlich agnostisch so erst einmal nicht auftauchen, auch nicht beantwortet werden. Und es beginnt nicht nur ein solches Nachdenken, es beginnt auch ein Umschwung. Wir können das an ganz verschiedenen Namen auch festmachen. Edith Steins eigener Lehrer, Adolf Reinach, auch draußen sein Porträt, ein wunderbarer Mann, übrigens pädagogisch sehr viel geschickter als Husserl, sehr viel geschickter. Edith Stein hat ihn auch unbedingt gebraucht, weil sie mit Husserls Einstieg zunächst mal nicht zurecht kam. Reinach kam 1916 aus dem Feldheim und ließ sich taufen. Reinach war auch ein agnostischer Jude, ließ sich protestantisch taufen. Edith Stein hat nicht verstanden, warum. Zu diesem Zeitpunkt nicht. Seine Frau übrigens mit ihm, Anne Reinach, und als Adolf Reinach dann ein Jahr später fällt, auch in Flandern, in derselben Weise einfach abgemäht, ist es Anne Reinach mit deren Trost, also mit deren Getröstetheit Edith Stein zum allerersten Mal einen Eindruck vom Kreuz gewinnt. Sie besucht die junge Witwe, hat eigentlich sich nicht vorbereitet, was sie hätte sagen können, aber Anne Reinach tritt ja in irgendeiner Hinsicht gefasst entgegen und Edith Stein hat nicht verstanden, wie das geschehen konnte. Also die erste Wahrnehmung des Kreuzes, denn Anne Reinach hat sich auf das Kreuz bezogen und in diesem Sinne ist nun ein Faktum, nämlich der Erste Weltkrieg als Zusammenbruch des bisherigen, ein grausamer Zusammenbruch tödlicher Zusammenbruch, aber ein Umschwung des Denkens einer ganzen Generation. Juden werden wieder jüdisch, Martin Buber, auch ein Wiener, Martin Buber war bis dahin Zionist, nun wird er Jude im Sinne des Glaubens. Sehr viele Juden lassen sich taufen, erstaunlicherweise mehr katholisch als evangelisch, also da wird diese Hürde genommen, denn auch im 19. Jahrhundert gab es Taufen, aber man ging in diesen Kulturprotestantismus der damaligen wilhelminischen Ära. Nun ist aber die große Vision die Kirche. Für Edith Stein ist nun in dieser Phase diese Option nicht offen, aber sie hat nun durch die Schulung Hussaus, mit der ich jetzt beginne, immerhin etwas vorbereitet und das ist dieses Moment des Denkens innerhalb ihrer Konversion, dass sich etwas in ihrem Kopf öffnet, um sie herum beginnt schon eine Bewegung, an der sie teilnimmt in mancher Hinsicht, aber Edith Stein ist zu intellektuell, als dass sie sich nur einer Stimmung hingibt. Es ist also nicht einfach die Diskussion des Heiligen, die nun zurückkommt in die Universitäten, Husserl hat das auch gelesen, teilweise sogar kurz kommentiert in Briefen. Das Buch ist der große Bestseller, also die große, also sozusagen der Umschwung einer Sprache, der Umschwung auch eines Denkens, dass man plötzlich auch philosophisch beginnt, sich wieder mit dem Heiligen zu beschäftigen. Es ist mehr noch diese grausame Geschichte, die gleichzeitig abläuft, aber Edith Stein braucht dazu noch eine gedankliche Öffnung. Diese Öffnung heißt Phänomenologie und damit sind wir jetzt in diesem Riesenbogen. Auch einmal, Husserl hat nicht von Gott gesprochen, aber Husserl hat seine Schülergeneration im Kopf geöffnet, im Kopf freigemacht. Das zeichnen wir nun nach. Husserl hatte mit großer, größter, genialer, denkerischer Anstrengung eine freie Bahn geschaffen. Und zwar schon ab 1900. Das waren diese logischen Untersuchungen, die Edith Stein durchstudiert hatte. Und zwar ist es sowohl revolutionär wie konservativ. Da ist ein doppelter Aspekt drin. Revolutionär heißt nun im Zug über Kant hinaus, über das Wirkliche als das Gegebene zu reden. Wir werden uns gleich mit dem Gegebenen befassen. Was soll das heißen? Was ist darin konservativ? Konservativ heißt besser, dass im Zuge mit Kant aber auch gegen Kant, also Kant hat Recht auf seine Weise, aber trotzdem ist es notwendig, über Kant hinaus zu denken. Kant hatte gefragt, im Zuge der Erkenntiskritik, wie erkennen wir, auf die eine grandiose Antwort gibt, nicht hintergehbar, ist nach wie vor maßstäblich, aber Kant stellt nur diese Frage, ich wiederhole sie einmal, wie erkennen wir und wie erscheint etwas? Husserl wird dieselbe Frage fragen und anders betonen. Das klingt für nicht Eingeweihte jetzt sehr schlicht, Es ist es in mancher Hinsicht, die großen Lösungen sind in der Regel sogar sehr einfach. Er betont nämlich nicht, wie erkennen wir etwas, sondern wie erkennen wir etwas? Oder auch phänomenologisch, wie erscheint etwas? Die verlorene Möglichkeit, zu den Sachen selbst vorzudenken, erscheint in dieser Frage neu. Was ist daran ungewöhnlich? Ich verwende den Vergleich, den Max Scheler, auch ein bekannter Edith Steins, den sie sehr schätzte, formuliert hat. Es ist ein völlig eindrucksvoller Vergleich. Max Scheler hatte verglichen die damalige Philosophie, das heißt also die kantisch orientierte Erkenntnisphilosophie, mit einem Operateur, der ist der Philosoph, Welt liegt vor ihm auf dem Operationstisch. Also schöne Arbeit an Welt. Das Operationsbesteck sind die Begriffe, ist die Philosophie und das Operationsbesteck wird geschliffen. Es wird immer tiefer geschliffen, immer intensiver geschliffen. Es wird so lange geschliffen, bis der Patient tot ist, bevor er noch operiert ist. Das heißt, Kant hatte das Erkenntnisbesteck geschliffen, also immer intensiver. Ich mache das mit einem anderen Beispiel noch. Es ist nicht mehr die Frage, was sehe ich, sondern wie sieht das Auge. Also die Intention war nun, das Auge zu analysieren, also nicht den Gegenstand, sondern die Frage, wie sieht man überhaupt. Es ist also eine reine Innenwendung und in diesem Sinne wird das Erkenntnis, der Erkenntnisvorgang immer feiner, immer delikater, immer intensiver, aber die Folge ist, dass Welt nicht mehr in den Blick kommt. Also das Auge betrachtet sich selbst, Sie können bei diesem Beispiel bleiben, und der Patient, der nicht mehr operiert wird, verstirbt. Das heißt, im Endeffekt, das ist nicht Kant, aber es ist der Kantianismus, engt sich Blick auf Welt ungeheuerlich ein. Also Welt ist eigentlich nicht mehr Gegenstand des Denkens, sondern eben noch Erkenntnis erkennt sich selbst. Damit wird sie in mancher Hinsicht leer, also wird formal. Scheler, um ihn noch mal zu zitieren, hat dann gesagt, die ganze Kunst besteht darin, dem schauenden Auge das Wort zu lassen. Also jetzt wieder unbehindert von dieser Erkenntnis-Skepsis oder Erkenntnis-Einschränkung nun wieder Welt zu sehen. Wie tut er das? Wir gehen noch einmal aus von der Gegebenheit. Dann haben sie eigentlich das, was Edith Stein auch kann und was sie lernt und wovon sie dann letzten Endes auch diesen Weg in die Gläubigkeit wieder einschlägt. Noch lange nicht, aber jedenfalls ansatzhalber. Husserl hat versucht, in der Wahrnehmung von Welt natürlich nicht unkritisch zu sein, im Gegenteil. Das ist nach wie vor etwas, was wir nicht naiv tun. Der Philosoph schaut anders als der Alltagsbetrachter. Das heißt, Husserl hat nun eine Form entwickelt, die wird morgen auch in den Analysen noch einmal vorgelegt, also wie man methodisch etwas betrachtet. Dazu muss man bestimmte Dinge einklammern. Wir könnten uns selber hier als Welt sehen. Um jetzt zu analysieren, was wir sehen, müssten wir jetzt bestimmte Dinge einklammern. Zum Beispiel müsste ich einklammern, alles das, was ich schon weiß vorher, also man muss, das Moment in der Phänologie heißt, unvoreingenommen, ohne Vorurteile, ohne bereits Vorwissen, ohne sozusagen Kanalisierung des Sehens, soweit es geht, unvoreingenommen ein Phänomen zu betrachten, also sich erscheinen zu lassen. Das bedeutet übrigens, dass man sich selbst einklammert, auch mit seinen Vorurteilen, sogar mit seinem Vorwissen. Das geht nicht ganz, also ich kann jetzt nur abgekürzt sagen, da gibt es ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Es gehört aber auch dazu, neben vielen anderen Einklammerungen, noch einem die Frage zu stellen, und Susal hat sie auch gestellt und in den Augen Edith Steins nicht zureichend beantwortet, ist es möglich, aus dem, was erscheint, gleichzeitig auch zu fragen, ob es auch damit existiert. Das ist eine zweite Frage, die ist nicht unbedingt mit der Erscheinung verknüpft. Erscheinen kann auch heißen, ich habe eine illusionäre Erscheinung. Ja, ich kann einen Traum haben oder ich kann eine, möglicherweise sogar eine psychische Illusion haben, die erscheint mir auch. Husserl war in gewissen Sinne souverän genug zu sagen, das spielt zunächst mal keine Rolle, sondern ihr müsst nur lernen, also wirklich bis ins Einzelne zu beschreiben und freizulegen, ist der schöne Ausdruck, freizulegen, was ihr seht. Die Frage, ob das existiert, ist völlig zweitrangig. Unter anderem hat er analysieren lassen das Phänomen Meerweibchen, also Meerjungfrau. Das gibt es nicht, eindeutig nicht, aber wir haben andersens Märchen, wir haben mythische Überlieferungen, jetzt kann ich also auch ein Meerweibchen beschreiben, ich muss das halt lesen und die Frage, ob das existiert, interessiert sowieso nicht, also mit anderen Worten nein, das heißt, die Frage kann ich gleich ausschalten. In derselben Weise kann ich, kann ich, und Husserl hat es auch teilweise gefordert, das Phänomen Gott beschreiben, nicht aus der Frage heraus, gibt es ihn, die Frage ist absolut unphilosophisch, sondern was zeigt sich, wenn jemand von Gott spricht, was heißt, wovon spricht er dann? Das kann ich jetzt freilegen, dazu gibt es Texte, es gibt etwas, was heißt Bibel, es gibt andere Religionen, es gibt das Heilige, solche Dinge, und dann kann ich von der Lektüre her freilegen, was in dem Ausdruck Gott gesagt ist. Das Einzige, was ich ausschließe, ist die Frage, gibt es ihn? Die lässt sich jetzt zunächst mal nicht klären. Ich darf eine Anekdote einschieben, Hans Jonas, einer der großen Schüler von Husserl, Husserl hat die ganze Reihe ganz großer Schüler, Edith Stein, Martin Heidegger, Hans Jonas, Hans Jonas hat Husserl gefragt, was würden Sie tun, wenn Ihnen Gott erschiene? Husserl hat ganz großartig geantwortet, ich würde ihn beschreiben. Also, wenn Sie das verstanden haben, haben Sie fast schon alles verstanden. Das heißt, auch hier ist noch eine Distanz, selbstverständlich, es geht weder um Anbeten noch um Glauben, es geht um überhaupt keine religiöse Haltung, es ist eine rein philosophische Haltung, ich würde ihn wahrnehmen, ich würde versuchen, so viel zu greifen, abzugreifen, wie es gibt, aber, also, ich würde ihn beschreiben. Edith Stein lernt nun als Meisterschülerin, das ist sie, in diesem Sinne nun zu analysieren, ich kann in dieser Kürze nicht diese Schritte tun, das wird morgen, wofür ich große Werbung mache, in einzelnen Abteilungen auch noch vorgeführt, was heißt eigentlich freilegen, das ist eine wirkliche Kunst, und das lernt man nicht in zwei Semestern, das ist eine sehr anhaltende Tätigkeit und das lernt man übrigens dann auch ein Leben lang. Edith Stein hat später ihre eigene Qualität, sehr schön, im Grunde nicht hochmütig, aber doch gut treffend gesagt, sie sei, die Leistung des Phänologen sei die einer Fensterscheibe, einer Fensterscheibe, durch die hindurch wird gesehen, aber sie verstellt den Blick nicht, also man muss sich möglichst, möglichst zurücknehmen, die Selbstrücknahme auch des Betrachters, dieses Einklammern ganz vieler Dinge, die irritieren können, heißt bei Husserl Epochais, und diese Epochais muss gelernt werden. Das ist ein interessanter Aspekt, weil wir heute genau anders, im Grunde genommen anders, jedenfalls naiv anders reagieren, das heißt, wir spielen unsere Meinung vor, ich meine, so geht jeder zweite Satz an, der Satz, ich meine, ist vollständig unphänomenologisch, interessiert überhaupt niemanden und ist in der Phänomenologie überhaupt verboten, also das ist überhaupt kein Thema, ich meine, ich habe erfahren, ich weiß, das Wort ich fällt hier vollständig aus, das mag enttäuschend sein, aber es ist so. Es geht darum, einen Akt des Sehens zu entwickeln, in dem diese ganzen subjektiven, vordergründigen, verstellenden oder auch teilgenialen Antworten, die man schon berat hat, schlicht und einfach nicht gelten, nicht, nein, es ist das Auge, das reine Auge, das sieht. Schäler hat das noch einmal auch mit einem schönen Begriff, es ist nicht das blinzelnde Auge, das Kant auf die Wirklichkeit richtet, sondern das offen, aufgeschlagene, also das sind so diese großen schälerschen Vergleiche und Edith Stein lernt, das Auge aufzuschlagen. Was bedeutet das? Sie hat später, 1924, einen kleinen Absatz geschrieben, die weltanschauliche Bedeutung der Phänomenologie, großer Titel, die weltanschauliche Bedeutung der Phänomenologie und hebt genau darauf ab, dass man hier sehen lernt, sehen lernt, und zwar in einem unglaublich eigenartigen Sinne, persönlich unbeteiligten Sinne, aber im Sinne des großen, des großen aufgeschlagenen Auges. Ich lese eine kleine Passage. Wenn bestimmte geregelte Bewusstseinsverläufe notwendig dazu führen, dass dem Subjekt eine gegenständliche Welt zur Gegebenheit kommt, Sie haben gleich eine kleine Probe Ihrer Sprache, das ist jetzt philosophische Prosa, dass dem Subjekt eine gegenständliche Welt zur Gegebenheit kommt, das heißt, es ist mir gegeben, wenn ich hineinschaue, Sie sind mir jetzt gegeben als Gegenstand, das heißt nicht, dass Sie existieren, das ist noch etwas ganz anderes, aber es erscheint mir so, als wären Sie da. Dann bedeutet gegenständliches Sein, zum Beispiel die Existenz einer sinnlich wahrnehmbaren Außenwelt, nichts anderes, als das Gegebensein für ein so und so geartetes Bewusstsein, näher hin, für eine Mehrheit von Subjekten, denn andere können eine ähnliche Wahrnehmung machen, kann man austauschen, und zwar eine Mehrheit von Subjekten, die miteinander in Wechselverständigung und Erfahrungsaustausch stehen. Über diese Phänomene kann man sich verständigen, und zwar je weniger wir subjektiv sind. Das ist die Leistung, also Philosophen untereinander müssen in der Wahrnehmung von Phänomenen zu einer übereinstimmenden Sprache kommen. Ja, gut, das kann man jetzt lassen. Das heißt, für Edith Stein ist nun die Übung ohne Scheuklappen, das ist ein Ausdruck, den sie verwendet, ohne Scheuklappen in die Wirklichkeit zu sehen, zunächst mal eine Reinigung, eine Reinigung des Sehens, eine Reinigung des Denkens, und vor allem, Husserl hat ja in den allergewöhnlichsten Gegenständen in der Wirklichkeit den berühmten Aschenbecher, den er zur Analyse vorgab. Was ist ein Aschenbecher? Also wie erscheint ein Aschenbecher? Husserl hat mit diesen Dingen, die seine Schüler gewohnt, also nicht nach allergrößten Thesen zu greifen, sondern er hat öfter gesagt, ein ganz schöner Ausdruck, wenn er sagt, wenn die da mit ganz großen Themen kamen, hat er gesagt, nein, bitte Kleingeld, keine großen Scheine. Also bitte mal ganz im alltäglichen Bleiben dort analysieren und dort bitte Sicherheit gewinnen, im Sinne dieser Unvoreingenommenheit des Sehens. In diesem Punkt hat nun Edith Stein selber in Husserl ihren Vordenker nicht nur gesehen, sondern auch den Vorbereiter ihrer Konversion. Das heißt, worauf jetzt zu sprechen kommen, ist Philosophieren im Blick auf oder im Zuge der Konversion und auch nach der Konversion. Edith Stein als Meisterschülerin lernt, diszipliniert, phänomenologisch arbeiten. Das sind heute noch Texte, die nicht ausgeschöpft sind. Hier kann man immer noch intensiv analysieren, geschieht auch. Edith Stein hat eine wachsende Zahl von Arbeiten. In den letzten 20 Jahren ist wirklich der Forschungsbereich fast explodiert und das ist in der Tat auch verdient. Ihr Stil, ihre Arbeitsweise sind in hohem Maße nüchtern. Das behält sie übrigens auch in späteren Arbeiten bis zu der mystischen Theorie von Johannes von Kreuzes nüchtern. Bis zum Trockenen. Sachbezogen, aufmerksam und gerade deswegen überzeugend. Gerade deswegen. Hier wird nicht emotional gearbeitet, hier wird betrachtet, nochmal, es wird genau hingesehen, es werden Irrtumsmöglichkeiten erwogen, das ist nicht nichts, das ist ein ganz großes Instrumentarium, um der Welt gegenüber in der Tat nun die basalen Fragen zu stellen, die grundlegenden Fragen. Aber, jetzt komme ich gleich einen Schritt, sie wird das bei Husserl gelernte weiten. Sie ist nicht nur Meisterschülerin, sie ergänzt Husserl. Husserl hat es auch gemerkt. Husserl hatte die Welt nicht, aber die Gottesfrage weiter analysiert und er wollte es auch nicht. Meine Philosophie ist für diejenigen, die nicht an Gott glauben können, so hat er ja formuliert. Die Gottesfrage war bei Husserl ganz lange ein Tabu, obwohl er als persönlich lauterer Mensch, besonders in den letzten Jahren, als er dann auch krank wurde, er starb dann 1938 in Freiburg, tief in das Neue Testament sich eingelesen hatte und auch am Ende noch eine Begleitung hatte durch eine Benediktinerin, nämlich Adelgundes Jägerschmidt, auch eine Konvertitin, die mit Edith Stein befreundet war. Wir haben schöne Verbindungen und auch Postkarten. Und Adelgundes Jägerschmidt wird mit ihm die Psalmen lesen, wird mit ihm das Neue Testament lesen und sie wird vor allem bei seinem Tode oder in seinem Sterben dabei sein, ihn auch hinführen und sie hat bezeugt, wie fromm Husserl gestorben ist, fromm und hat einen wunderbaren Brief an Edith Stein geschrieben, den Edith Stein mit ganzer Ergriffenheit beantwortet, denn sie hat, dort fällt ja das unglaubliche Wort des Holocaust, aus dem Munde von Edith Stein 1934, sie weiß gar nichts von der späteren Verwendung, sondern ihre Frage, ihre innere Frage, es war damals schon Karmelitin, wie man jemanden wie Husserl erreichen könne, der nach außen hin jedes religiöse Wort ablehnte und dann sprach sie von dem eigenen Einsatz, also von dem eigenen Holocaust, mit dem man jemanden erreichen könne. Insofern hat sie auch den Bericht von Adelgundes Jägerschmidt, also mit einer unglaublichen Ergriffenheit über das fromme Sterben Husserls geantwortet. Aber kommen wir jetzt zum thematischen. Obwohl Husserl nochmal ein lauterer Mensch war, hat er sich trotzdem also in der Öffentlichkeit, der Öffentlichkeit des Hörsaals, über die Gottesfrage nicht geäußert. Edith Stein aber unternimmt es nun und zwar angespornt auf der einen Seite von ihrer krisenhaften Phase zwischen 1917 und 21, sich deutlich einzulesen in die Literatur. Sie liest Neues Testament, sie liest auch Luther. Damals steht eben die Konversion zum Protestantismus noch im Raum. Sie hat ja dann den hinreißenden Satz gesagt, sie hat erst an Max Scheler begriffen, dass man katholisch und intelligent sein konnte. Bis dahin war einfach der Kulturprotestantismus die große Attraktivität. Ja, Scheler. Aber Edith Stein beginnt nun zu tasten, zu suchen und in diesem Sinne versucht sie nun auch in ihrer strengen mit phänomenologischen Methodenschulung das Thema Gott denkerisch zurückzugewinnen. Und zwar nicht naiv. Das reicht nicht. Das reicht überhaupt nicht. Sondern die Frage ist noch nochmal. Es gibt Texte, es gibt sehr viele Texte und sie beginnt sie zu lesen. Sie liest Kierkegaard. Sie liest natürlich das Neue Testament ohnehin. Sie liest aber auch begleitende Literatur. Sie liest letzten Endes dann von Teresa, von Avila. Aber in dem Sinne beginnt sie nun mit diesen Texten auch analytisch umzugehen. Das heißt, was ist da ausgesagt? Und jetzt kommt eine Frage, die Husserl nicht beantwortet hat. Wenn sich zeigt, dass über sehr viele Stationen hinweg, also zwischen Paulus und Kierkegaard liegen schon mal 1800 Jahre, Aussagen kommen, die aus einer solchen offensichtlichen Erfahrung aufsteigen, dann kann man nicht mehr nur von einem Phänomen sprechen, das sich analysieren lässt, sondern dann muss letzten Endes auch die Frage nach der Existenz dieses Phänomens gestellt werden. Also genau die Frage, die Husserl ausspart. Und Edith Stein hat hier einen prominenten Zeitgenossen. Edith Stein wird in diesem Sinne eine Heretikerin zu Husserl. Heresie heißt hier, dass sie die verbotene Frage nach der Existenz dessen, was erscheint, spezifisch übrigens gerade im Blick auf Gott stellt. Sie hat das auch vorher schon, es gibt natürlich auch im Kreise Husserls einen leichten Spott, also jemand, der einen Bus benutzt, setzt immerhin die Existenz des Busses voraus, auch klar. Also man kann natürlich über diese Dinge natürlich auch spöttisch arbeiten. Ja, also im Alltag tun wir, fragen wir ja nicht, ob ein Ding nur erscheint und auch existiert, sondern wir setzen die Existenz voraus. Aber im Blick auf Gott ist diese Frage natürlich sehr viel komplizierter. Und Edith Stein hat nun in Martin Heidegger, ihrem Kommilitonen, dem kleinen Heidegger, der später ihre Stelle als Assistent geerbt hat, einen Mitdenker gefunden. Das merkt sie erst später, aber er wächst ja neben ihr heran und diskutiert auch mit Husserl. Wir haben einen phänomenologischen Parziergang zwischen Husserl, Heidegger und Edith Stein. Und die beiden Meisterschüler beginnen natürlich gegen den Meister auch sozusagen ihre Stacheln langsam zu entwickeln oder ihre Weiterdenken zu entwickeln. Auch Heidegger wird auf seine Weise aus dem Denkverbot heraustreten. Auch Heidegger wird in die Wirklichkeit des Gegebenen denken, also in die Faktizität auch des Daseins. Für Heidegger ist Welt das allererste und dann erst denken. Also Dasein wird nicht erst gedacht und existiert daher. Also nicht das Denken ist seinskonstitutiv, sondern das Sein ist denkkonstitutiv. Das Denken geschieht erst, wenn ich auch an etwas denke oder von etwas her denke. Also Husserl macht genau dieselbe Bewegung. Also nicht der Zweifel an dem, was erscheint, sondern der Ausgang von der Positivität dessen, was sich zeigt. Also es existiert tatsächlich. Ich sage das mal im Nebenherr, für den, die eine Arbeit suchen, man muss Edith Stein und Heidegger auch hier mal wirklich intensiv vergleichen. Das sind beides, scheren beide an derselben Stelle von Husserl aus. Husserl merkt das und sagt auch seinerseits betroffen, dass Edith Stein seit 1917 mit ihm nicht mehr mitgegangen sei. Er hat ihm noch intensiv zugearbeitet. 1918 kündigt sie ihm, sie ist ja Assistentin bei ihm, eine hoch undankbare Arbeit. Aber bereits 1917 wittert er an ihr etwas, was ihm nicht mehr zusagt, beziehungsweise was über ihn hinausgeht. Das heißt, es ist wirklich die Frage, ist die entscheidendste Frage des Daseins, nämlich ob es eine Wirklichkeit gibt, die sich zeigt, also die göttliche Wirklichkeit immer wieder zeigt, aber kann sie sozusagen im Phänomen nur bleiben und ein Phänomen für andere oder hat sie denn tatsächlich den Anspruch auf eine Wirklichkeit und wie geschieht das? Wir wissen, dass Edith Stein vier Jahre in einer unglaublichen Krise ist. Es geht gar nicht schnell. Also die Frage, wie sie durch diese Öffnung, die sie im Denken gelernt hat, das unvoreingenommene Sehen, das Zulassen, das muss er auch wollen, das Zulassen dessen, was sich zeigt, das auf den Grund gehen, das Weglegen aller Vorurteile, seien sie so oder so. Das ist eine unglaubliche intellektuelle Anstrengung. Und in dieser Anstrengung werden zunächst mal rein formale Vorbereitungen geschaffen. Also es wird sozusagen der Schrott ausgeräumt und in diese Lehre kann dann letzten Endes eine Mitteilung kommen und sie kommt bei Edith Stein. Sie kommt bei ihr. Heidegger geht den anderen Weg, brauchen wir heute nicht diskutieren. In diesem Sinne wird Edith Stein später den Untertitel ihrer großen Hauptarbeit Endliches und Ewiges Sein im Untertitel nennen, Aufstieg zum Sinn des Seins. Also etwas, was sich aus der phänomenalen Wahrnehmung dann auch im Sinne eines Aufstiegs formuliert und spielt damit nochmal an auf Heidegger. Das ist ganz klar eine Antwort auf Heidegger, der im Sinn des Seins kein Gegenüber mehr sieht, sondern eine Kreisbewegung. Der Sinn des Seins liegt im Dasein selber. Das ist eine kreisende Bewegung. Für Edith Stein zu wenig. Das Sinn des Seins liegt bei ihr im ewigen Sein. Dahin führt sie dann. Wir kommen zu der Frage, wie sie mit der, wie sie philosophisch nun mit der Konversion auch umgeht. Konversion nehmen wir, nehmen wir und auch richtig, natürlich als eine Grundsatzentscheidung, die nicht nur über Denken, natürlich nicht, aber auch über Erfahrungen, über verschiedene Erfahrungen getroffen wird. Ich muss nun noch etwas hinzufügen, was für die meisten nicht deutlich wird. Das Jahrhundert, das Jahrzehnt, in dem Edith Stein konvertiert, das sind schon die 20er Jahre, das wird sich 1922 am 01.01. taufen lassen, ist ein Konversionsjahrzehnt. Und wenn man Edith Stein wirklich mal in der tiefen Dimension betrachtet, ist deutlich, dass sie hier auch nicht eine, in diesem Sinne nur eine einzige ist, also eine einzige Entscheidung fällt, sondern dass es zusammen, dass es zusammenfällt mit einem unglaublichen Jahrzehnt, noch einmal des Aufschwungs nach dem Ersten Weltkrieg, finanziell und ökonomisch eine Katastrophe für das Deutsche Reich, ähnlich natürlich für Österreich. finanziell und ökonomisch, aber im Geistigen, auch im Künstlerischen, im Musikalischen, in all dem ein unglaubliches Jahrzehnt, noch einmal eine Blüte. Und es ist gleichzeitig der heilige katholische Frühling, der da drin stattfindet. Wer, Sacrum, Katholikum. Das heißt, nach dem Zusammenbruch des Kulturpodestantismus mit der Ablösung des Wilhelminischen Kaiserreiches, beginnt plötzlich und unvermutet, die bisherige Minorität, nämlich die deutschen Katholiken, eine kulturell führende Rolle einzunehmen. Es kommt zu einer monastischen Bewegung, also ganz große Zahlen von Eintritten ins Kloster. Also Beuron, Maria Lach, ich nenne die immer Mekka und Medina dieses Frühlings. Entweder geht man nach Beuron oder man geht nach Maria Lach, also es ist überhaupt keine Alternative. Also das sind die zwei großen Anziehungspunkte. Es kommen die ganzen Bewegungen, es kommt die liturgische Bewegung, es kommt die Akademikerbewegung, plötzlich ist man Akademiker, draußen hängen drei Köpfe von Frauen, Gerta Grappel gehört dazu. Also plötzlich, also wie aus dem Nichts heraus, nach diesem Zusammenbruch, in Bewegung ist ja schon die ganze Dynamik drin, man weiß noch nicht, wo es mündet. Leider kommt dann später die braune Bewegung, auch eine Bewegung. Aber plötzlich beginnt innerhalb dieses geschlagenen Landes eine Erneuerung, die wesentlich aus den Kräften des Katholischen kommt. Und Edith Stein nimmt darin in intensiven Maße teil. Es beginnt übrigens eine Wendung, es wird die Wahrnehmung von John Henry Newman, den sie übersetzt. Es beginnt eine Wahrnehmung des Thomas, also der Neutromismus, jetzt auch in seiner ganz positiven Gestalt, ich meine jetzt nicht nur in seiner schulmäßig auch schwierigen Gestalt, sondern wirklich, also Josef Pieper gehört hinzu. Das heißt, wir haben eine Erneuerung plötzlich aus den Tiefen. Ich kann immer wieder freuen, wenn man das sieht. Und der ganze Aufschwung, die Dynamik hätte nicht zwingend in 1933 münden und versacken müssen. Aber Edith Stein hat also Teil an diesem heiligen katholischen Frühling, so muss man das sagen. Also nicht nur, dass sie in Beuron ist, sondern, und jetzt komme ich zu dieser Konversionserfahrung bei ihr. Edith Stein hat in der Weise ihrer Denkschulung etwas gelernt, ich will das einmal so ausdrücken. Weltwahrnehmung, Weltanalyse, also Phänomene der Welt, die man analysiert, können ja in ihrer eigenen Logik bedacht werden. Sie wird später in ihrem Hauptwerk Endliches und Ewiges Sein aber noch sagen oder ausfalten, die Logik der Welt ist nicht die einzig entscheidende. Also das, was die Welt nun an Erkenntniszuwachs geben kann, ist großartig. Aber man kommt nicht über Welt sehr zwingend oder auch sehr rasch zu dem Thema Gott. Und sehr viel intensiver, und das beginnt schon eigentlich in ihrer Dissertation, die sie noch als Agnostikerin schreibt, es ist die Logik des Anthropologischen. Und später ist es die Logik des Personalen. Also man nimmt weniger an den, sozusagen den Sachen dieser Welt, auch nicht an der Schöpfung, den Gottesgedanken ab, aber am Menschen selber, als die Logik des Anthropologischen, die Logik des Personalen. Und über diese Wahrnehmung des Personalen, das beginnt schon in ihrer Dissertation, wird Edith Stein ganz deutlich diese Resonanz, also die Resonanz, die in jeder Beziehung entsteht, übrigens ausgehend sogar von dem Gedanken, dass jeder Mensch sich allein gar nicht erkennen kann, dass jeder Mensch zur Selbsterkenntnis eines anderen Menschen bedarf. Also die reine Ichlichkeit des Daseins reicht nicht, um wirklich zutreffend zu formulieren. Ich habe das schon mal gesagt, das ist aber sehr, sehr eindrucksvoll, deswegen wiederhole ich es hier. Wir sehen nicht mal unseren eigenen Rücken. Vielleicht haben Sie sich das noch nie klar gemacht. Ich selbst sehe meinen eigenen Leib nicht. Auf sowas kommt die Phänomenologie, sehen wir nicht. Spiegel ist ja hier noch ein Notbehelf. Aber ich kann nur sehen, dass andere Menschen einen Rücken haben, damit kann ich auch meinen eigenen Rücken mit annehmen, übrigens. Sehen kann ich ihn immer noch nicht. Das heißt, ich brauche zwingend, zwingend, intersubjektiv, interpersonal und vor allem eben im Sinne eines Austausches, andere Menschen, um überhaupt über mich Klarheit zu bekommen. Das ist übrigens noch jenseits aller religiösen Sprache gesagt. Edith Stein hat damit Husserl ergänzt, der sehr intensiv von einer Subjektivität, also von der Ichhaftigkeit des Erkennens ausging. Edith Stein geht bereits von einer Intersubjektivität aus. Also man braucht andere, um zu kennen. In der Logik dieser Anthropologie liegt nun, dass der Mensch als höchstes Wesen im Vergleich zu anderen vorhandenen Gegebenheiten offensichtlich nicht nur mit seinesgleichen im Umgang ist, sondern jetzt kommt eben die Phänomenalität des Heiligen hinzu. Das heißt, warum hat der Mensch in vieler Beobachtung im Grunde genommen etwas nicht, hat kein Genüge an dem in der Weise, wie er sich mit sich selbst austauscht, auch nicht nur intersubjektiv. Das heißt, von der Person aus wird noch einmal eine geheimnisvolle Frage offen. Eine geheimnisvolle Frage. Und zwar die Fragen, die unabweisbar da sind. Im Zuge des Ersten Welkes war die Frage, warum Tod? Also jetzt noch einmal die Frage, wohin? Warum endet mein Leben im Tod? Damit hat Heidegger natürlich auch seine große Todesphilosophie entwickelt. Einfach aus der unmittelbaren Bedrängnis. Aber die Frage hat dann noch einmal eine Logik, nämlich woher komme ich überhaupt? Ich verfüge nicht über meinen Ursprung. Ich habe mich nicht ins Dasein gesetzt. Das ist eine ganz klare Position. Ich verfüge weder über mein Ende, noch über das, was danach kommt. Ich verfüge nicht über meinen Eingang. Das heißt, der Mensch ist in sich selbst ein unerkennbares. Wir haben einen schmalen Ausschnitt unseres Daseins, den wir betrachten können. Wir können aber weder Anfang noch Ende betrachten. Es liegt daher in der Logik dieser Wahrnehmung. Es liegt in der Logik dieser Wahrnehmung, über hinaus zu fragen. Die Frage heißt, was hat mich ins Dasein gesetzt? Erst einmal was? Was setzt mich aus diesem Dasein hinaus? Das ist jetzt neutral gefragt. Edith Stein überlässt aber diese Frage nicht einfach in einer neutralen Überlegung, sondern sie geht diese Fragen mit einem großen Schärfsinn an. Und zwar der Schärfsinn in Richtung, dass der Mensch als Person, also der, der Fragen stellt, der gegenseitig eines Austausches fähig ist, nicht die Antwort einer reinen biologischen Befriedigung braucht. Also nicht die Frage, ob mein Kreislauf versagt und ich deswegen tot bin. Das ist eine viel zu simple Antwort. Ich brauche eine personelle Antwort. Das heißt, ich brauche eine Antwort, die nicht auf einen Teilaspekt meiner selbst zurückgeht, sondern ich brauche die Antwort einer Person. Diese Person wird in der religiösen Sprache Gott genannt. Und in diesem Sinne geht nun Edith Stein in der Bewegung über. Das tut sie in einem Aufsatz, der in meinen Augen sehr ausgereift ist und ich deswegen sogar eine Frage habe, ob er überhaupt auf 1921 datiert werden kann. Es ist ein Aufsatz vor ihrer Taufe und ist in einer Sprache geschrieben. Ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich nur vor der Taufe war. Ich würde ihn eigentlich gerne etwas später ansetzen, aber ich habe dazu noch keinen Beleg. Aber in einer unglaublich diffizilen Weise hat sie über Freiheit nachgedacht. Freiheit als eine Selbsterfahrung des Menschen in einem bestimmten Rahmen und auf der anderen Seite als gegenwichtig Nade. Also der Aufsatz heißt Freiheit und Nade. Sie geht aus von der Analyse der Natur, das heißt also meiner biologischen Prägung, meiner Unfreiheit. Aber die Tatsache, dass ich frei bin, das zeigt sie mit Kant. Natürlich bin ich frei, ich bin immerhin frei zu fragen. Es ist eine ungeheure Freiheit, mich selber anfragen zu können. Das heißt, ich bin in einer Distanz zu mir selber, das ist Freiheit. Und letzten Endes ist die Frage, wie weit kann ich diese Freiheit nicht nur als Selbstdistanz, selbst Befragung, selbst Zwiespalt vielleicht sogar in mir haben, sondern dient diese Freiheit auch einem Wozu? Also Wozu bin ich frei? Und sie kann zeigen, dass die höchste Wirklichkeit, die wir haben, in der Wahrnehmung der Hingabe besteht. Ich nehme meine Freiheit, um einem anderen zu gehören. Es ist eine Bewegung. Es ist eine Bewegung. Das heißt, am Anfang steht eine Reflexion über meine Endlichkeit in zwei Hinsichten. Ich bin endlich, habe einmal begonnen, ich werde einmal aufhören. Reflexion über Endlichkeit. Diese Reflexion ist sicher. Daran kann ich, das brauche ich ja nicht erfinden, das muss analysiert werden und kann aber in seiner Faktizität nicht bestritten werden. Das Ende, wohin greife ich jetzt aus? Also wohin kann ich jetzt meine Fragen stellen, sofern sie nicht logisch beantwortet sind, brauche ich eine andere Resonanzebene, die mir zuspricht? Das Ende hat die Sicherheit verloren. Diese Frage ist nicht so sicher. Aber es entfaltet einen Reichtum von Zusammenhängen, von inneren Bezügen, von Sinn und Kraft. Das sind zwei Ausdrücke, die sie immer wieder hat. Sinn und Kraft. Sinn wird sie später mit dem Logos gleichsetzen, Kraft mit dem Heiligen Geist. Das wird sie erst später machen. Aber Sinn und Kraft. Wir brauchen also Antworten, die nicht aus der Biologie kommen. Sie kommen auch nicht, wie bei Heidegger, aus einer Resignation. Das Dasein erschöpft sich in sich selber. Sondern es gibt bei ihr ein Über hinaus, ein Über hinaus Fragen. Das heißt, die rationale Sprache erscheint hier dürr. Das Rationale kann das auch nicht wirklich präsentieren. Sondern, und das reflektiert sie auch, das Wissen weiß dann von seiner eigenen ungemäßen Art gegenüber dem Ursprung der Wirklichkeit. Den hole ich eben begrifflich nicht genau ein. Ich kann natürlich bestimmte Begriffe auf den Ursprung setzen. Auch Gott ist ein Begriff. Aber das Wissen, also wenn das sich einlassen, auf diese Zusammenhänge heißt gleichzeitig, in eine ungemäße, also eigentlich alle diese Begriffe sprengende Wirklichkeit einzutreten. Und so kommt Edith Stein, und damit würde ich das gerne gleich in die Schlussphase überleiten, die Schülerin Hussers, der nicht von Gott spricht, die späte Schülerin des Thomas von Aquin, der sehr viel von Gott spricht, sehr stark rationalisiert, aber überraschend am Ende ihres Hauptwerkes Endliches und Ewiges Sein. Das schreibt sie dann als Karmelitin 1936-37 noch einmal auf Augustinus zurück. Und jetzt tangieren wir die Vernunft des Herzens. Ich mache ein bisschen einen Sprung, es geht jetzt etwas rasch, aber macht nichts. Nicht die Wahrnehmung der Welt ist das, was uns als eigentliche Aufgabe des Daseins gestellt ist. Die Wahrnehmung der Welt. Ja, wir leben darin. Nicht die Wahrnehmung der Welt. Auch nicht die Prüfung des eigenen Ich erschöpft unseren Wunsch nach Sinn. Die Welt bringt Sinn, aber nicht hinreichend. Die Prüfung des eigenen Ich, das ist auch noch mal in der Tat kantische Erkenntniskritik, das kann man alles machen. Ich kann meine eigene Analyse machen, eine Ich-Analyse, selbstverständlich. Klingt ja noch ein bisschen, auch Ihre Psychologie, am Anfang durch. Sie hat eine große Analyse der Seele gemacht, apropos, und zwar nicht der religiösen Seele, sondern der Seele als Gemüt. Als Lebendigkeit, als innerste Lebendigkeit. Alles das kann ich analysieren. Das ist eine Aufgabe. Anspruchsvoller aber ist, viel anspruchsvoller noch, das Einbegreifen des Schauenden in eine Begegnung mit dem Geschauten. Ich kann natürlich mit der Welt in eine Beziehung treten. Ich kann mit mir selber in ein solches Gespräch treten. Warum nicht? Aber das ist letzten Endes nicht befriedigend. Letzten Endes ist befriedigend, sich in ein Gespräch zu begeben und eine Schau zu begeben, in der ein anderer auf mich blickt. Das ist jetzt augustinisch. Und es geht nicht nur um dieses Eingehen in einen Blick. Bei Augustinus heißt es ja, Videntem Videre. Ich schaue den an, der mich immer schon anschaut. Videntem Videre. Edith Stein zitiert am Ende von Endliches und Ewiges Sein nach ihrem eigenen Geschmack weit mehr Augustinus, was sie gar nicht vorgehabt hatte. Weit mehr als sowohl Husserl als Thomas. Plötzlich wird Augustinus ihr vorange, ihr Autor. Es geht nicht nur um diese Begegnung mit einem Blick, der selber ja nicht sehr stark beschreibbar bleibt. Nein, es geht um die Wandlung des Schauenden am Gegenüber. Das ist ein ganz großer Vorgang. Welt wandelt mich auch. Im Grunde genommen wandelt mich alles, womit ich sprechen kann. Hat immer eine gewisse Rückwirkung. Es wäre eine Resonanz. Aber die Wandlung des Schauenden an den Blick, der trifft. Und so lässt sich die Person nicht allein vom Sein her analysieren, auch nicht allein von der Selbsterkenntnis, sondern von einem anderen, als sie selbst ist. Das ist dieses Thema der Anderheit. Dass hier noch etwas kommt, was ich weder in der Vorbereitung meines Vokabulars, also meiner Denkausrichtung hatte, was auch nicht unbedingt im Sinne dieser sinnlichen, nein, nicht unbedingt, sondern gar nicht im Sinne der sinnlichen Warnung erfolgt, was auch wesentlich gar nicht über Denken letztlich zu erschließen ist. Es enthält alle jene Momente des Neuen, des Bewegenden, des Unverhofften. Jetzt komme ich noch mal zum Punkt. Die Wandlung des Schauenden am Gegenüber. Das ist der tiefste Grund der Konversion. Konversion ist kein Entschluss, also den ich setze. Konversion ist ein Gezogenwerden, ein Ergriffenwerden, ein Umgedrehtwerden. Edith Stein hat mit diesen Vorgängen etwas angedacht, was in der Zeit eines schleichenden Agnosticismus, glaube ich, noch einmal deutlich zu bedenken ist. Und ich möchte damit meine Schlussformulierung machen. Es ist für jede Generation gleich schwer oder gleich anstrengend, so etwas wie die Gotteserfahrung nicht nur in die Erfahrung zu bringen. Dem dient ja etwas wie Liturgie, dem dient das Gebet, dem dienen die klassischen religiösen Übungen. Vielleicht ist es noch wichtiger, also jedenfalls für eine Zeit wie die unsere, die sich aus diesen Übungen ja relativ entfernt, Gott im Denken zurückzugewinnen. Das ist die größere Schwierigkeit, Gott im Denken zurückzugewinnen. Und zwar nicht, weil Gott einfach hingedacht werden kann, das ist in sich schon eine fragwürdige Frage, aber im Sinne dessen, wie Husserl angeleitet hat und wie Edith Stein es weitergeführt hat, und dass sich im Denken etwas als unzureichend klärt, weggelegt werden kann, dass diese ganze Skepsis, die wir mit uns tragen, die Vorurteile, im Übrigen auch die psychischen, also seelischen Unzureichendheiten, im Grunde genommen unser viel zu enges Ausgerichtetsein, als solches zu erkennen und sich zu bemühen. Jetzt nicht im Sinne klassischer, asketischer Übungen, auch nicht im Sinne eigentlich religiöser Übungen, auch bitte nicht im Sinne der Meditation, was heute so als Ausflucht erscheint, vielfach als Ausflucht. Nein, im Sinne einer sehr nüchternen, sehr trockenen und im Grunde genommen auch unglaublich rationalen Klärung einfach einmal der Frage, was ist das Dasein, zu vollziehen. Und wir werden unabweislich auf die Fragen kommen, die beständig natürlich weggestellt werden. Noch einmal, wohin gehe ich eigentlich? Ist der Tod wirklich? Schluss? Woher komme ich? Ist uns selbst dunkel? Unser Anfang ist vollständig dunkel. Also Dunkelheit auf beiden Seiten. Und dann die Frage zu stellen, ist dieses Dunkel überhaupt in irgendeiner Hinsicht aufzuhellen? Lässt es sich überhaupt aufhellen? Und zwar nicht nur von den klassischen religiösen Traditionen, sondern auch im Sinne eines Sich-Anvertrauens, einem Gedankengang, dass das nicht alles sein kann, was mich ausmacht. Aus der eigenen Erfahrung der Personalität, aus der eigenen Erfahrung eines ausgezeichneten Seins vor allen anderen Dingen, allen anderen Geschöpfen, allen anderen Lebewesen. Auf mich muss eine Person Antwort finden, da ich selber Personal bin. Ein Stein kann einen anderen Stein nicht trösten. Das ist das Beispiel, das Edith Steinbein Newman übersetzt hat. Ein Pferd kann einem anderen Pferd nicht helfen. Aber eine Person kann einer anderen Person beistehen. Deswegen brauchen wir als Antwort auf unser Dasein die Enttäuschung an uns selber, die so tief geht, dass wir wissen, dass wir nicht eine autonome Antwort auf uns haben, dass wir angewiesen sind auf eine Person, die Antwort gibt. Wir denken Personen sehr klein in der Regel und es gehört dann weiterhin zu der Aufgabe zu sagen, was das eigentlich bedeutet. Was bedeutet es? Was bedeutet es im Strahlungsfeld eines Willens, einer ungeheuren Vorgabe, eines Gebers zu stehen, der mich mir gegeben hat? Soweit geht die Analyse. Was bedeutet es, im Strahlungsfeld eines Blickes zu sehen, der mich ins Dasein ersehen hat? So kann man das sagen. Und wie werde ich mich in diesen Blick wandeln, auftun? Jemand werden, der ich vorher gar nicht war? Und die Nebensinne schließe ich jetzt mit einem Satz. Es ist ein Satz, der sehr selten bei Edith Steinbein vorkommt. Er enthält das Wort Herz, das bei ihr fast nicht kommt. Sehr wenig. Damit haben sie eine Kulmination dessen, was ich gerade versucht habe. Ich habe vorhin betont, wie trocken Edith Stein sein kann. Also wirklich rational, prosaisch, große deutsche Wissenschaftsprosa. Und der wunderbare Satz, den sie hat, an dem Tag, an dem Gott schrankenlose Macht über unser Herz hat wird, werden wir schrankenlose Macht über das Seine haben. Darf ich das wiederholen? Man begreift das gar nicht auf einmal. An dem Tag, an dem Gott schrankenlose Macht über unser Herz hat, werden wir schrankenlose Macht über das Seine haben. Hätten Sie ihr das zugetraut? Ja, danke. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus